Moin Leute, ich spiele heute den Farming Simulator 2022 bzw. ich schaue mal rein, weil der mir wärmstens empfohlen wurde von etlichen Freunden und ich soll mir den unbedingt kaufen und ich hätte jetzt die Möglichkeit gehabt mit denen zusammen zu zocken. Das Ding ist halt, dass das alles voll die High-End Farmer sind, wenn man das so nennen möchte und ich wollte halt erstmal meine eigenen Erfahrungen sammeln. Ja und dann würde ich sagen, können wir einmal die Karriere starten und schauen, was der Landwirtschafts-Simulator uns denn so zu bieten hat überhaupt. Ach, ich muss eine Karte auch wählen. Ich dachte, das ist der Ladebildschirm. Was haben wir denn da? Boah, schön in der Eifel. Was ist das, die Eifel? Boah, Alter, ich hab keine Ahnung. Ist irgendeine Map da scheiße? Hier gibt es sogar schicke Heißluftballons. Oder eine Burg oder sowas. Elm Creek. Mit dem Ballenwickler kannst du Grasballen in Silageballen umwandeln. Was sind Silageballen? Wo wohne ich denn überhaupt? Ist das hier meine Hütte? Boah, sogar mit einer Grube? Kann ich hier selber die Treckerhalde machen? Megageil. Komm nicht mehr raus. Doch. Weg von meinem Feld. 100% gehört Leeroy Wilson. Wie heiß ich denn? Hab ich überhaupt nen Namen? Alter, ich hab 1,5 Mille. Warum soll ich mit der Landwirtschaft anfangen? Ich bin reich. Moin. Sind da Rehe? Hab ich ne Knarre? Gut, 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 gut. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Wie geil ist das denn? Gibt so auch Wildschweine? Kann ich hier auch jagen gehen? Gut, 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 gut. Komm her, komm. Komm. Komm mal her, hier. Papa will dich streicheln. Krieg ich nicht. So, ich könnte das hier kaufen, ne? Hier steht Weizen, erntereif. Muss gepflügt werden. Vor oder nach dem Ernten? Ich kaufe jetzt erstmal was. Ich kaufe jetzt Land. Ah, da. So, ich will Feld 30 haben. Kostet. Kaufe ich. Vor allem, ich kann es ja auch gleich ernten. Wie cool ist das denn? Okay. So, was brauche ich zum Ernten? Rasenmäher oder sowas. Ja, moin. So, ich möchte kaufen. Ich brauche einen großen Trecker. Ne, was brauche ich denn? Womit mache ich denn das runter? In der Mähtechnik. Was denn das? Das ist jetzt aber kein Rasenmäher, ne? Mähwerke können Gras schneiden. Ein größer Trecker. Alter, das ist ja ein Panzer. Sieht aus wie das Batmobil. Welchen haben wir denn gehabt? Den Klaas. Oh, zack. Hier kaufe ich. Ich kriege einen Klaas Anhänger hier. 17.000. Hier ist hier nix. Hier kaufe. Das sieht doch schick aus. Wie gehe ich da rein? Achso. Alter, das ist aber laut, ne? Ja, Hammer. Ab zu meinem Feld. Jetzt erst mal Feld hier ernten. Stand ja ernt, weil. Werde auch alleine runter. Der Sauber. Was macht der da? Der schmeißt ja alles hinten raus. Ist das richtig? Ist das jetzt weg? Hä, brauche ich jetzt noch ein Gerät, um das aufzusammeln, oder was? Der rotzt ja alles hinten raus. Das kann doch nicht richtig sein. Ne, das sind voll die Berge. Hä? Ich fahre jetzt hier einmal hoch und dann hole ich meinen Trecker. Gucken wir einmal, ob das richtig ist. Der müsste doch eigentlich über das Rohr das in den Anhänger kippen, oder nicht? Also so befördern. Habe ich noch was falsch gemacht? Oder ist das Ding gar nicht hierfür geeignet? Ich habe da gar nicht geguckt jetzt, ne? Aber es passt ja. Der schuppelt das ja da vorne rein in den Mixer. Ne, ne, die Anzeige füllt sich ja. Ja, denn ist das richtig? Machen wir aber viel Schmutz. Ich habe unten eine Anzeige. Könnt ihr nicht sehen. Sitze ich vor. Können wir gleich mal ändern. Einmal zum Stehen kommen. Zeigen. Ich denke mal, das ist besser. Alter Schwede. Das bringt Schotter. Hätte ich doch größer einkaufen können. Brauchst ja gar nicht so viel. Na gut, wir müssen ja später das Feld wieder bearbeiten. Tempomat. Mega geil. Mal bei 1,5 Mal hoch und runter fahren, haben wir ein Drittel, ein bisschen über ein Drittel vom Speichervolumen voll. Also von dem Sammelbehälter. Schimpfe ich das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das so heißt. Brauchen wir ja nur 6 Bahnen fahren, dann müssen wir ihn Trecker holen. Ich kann Helfer einstellen. Ich weiß nicht, wie teuer der ist. Da läuft ein Reh durch mein Feld. Ne, doch nicht. War ein Schatten vom Vogel. Ich muss ja gerade, ne. Sonst bleibt er wieder so viel stehen. Scheiße, der lenkt ja voll nach. Ach so, ich kann ja auch den Stand lenken. Da fahren wir unsere Bahn. Das staubt aber, wa? Ja, das ist ja geil. Hier nerven rangehen, desto lauter wird das. Wenn wir weiter aber weggehen, so leiser wird auch der Sound. Oh scheiße, jetzt bin ich aber voll schief gekommen. Da müssen wir nochmal zurücksetzen. Wenn der Chef das sieht, der wird nicht erfreut sein. Ich bin der Chef und ich bin hier erfreut. Aber wenn ich mir das Feld so angucke, da fährt man aber ne Weile. Der fährt ja auch nur mit 10 kmh hier rüber, ne? Hey, wie geil wir da sitzen. Richtig selbstbewusst. Mit dem Wissen, dass wir die ganze Welt versorgen. Ohne uns Bauern gäbe es kein Futter auf dem Tisch. Das sage ich euch. Ich bin jetzt ein bedeutsames, wichtiges Mitglied der Gesellschaft. Oh, wir machen Meda. 72, 73. Das rennt ja nur so. Einmal noch hochknattern und ich kann den Anhänger voll machen, wa? Ausch. Ah, jetzt sind wir ein bisschen weit weg. Volldarm. Erstmal ansetzen. Oh. Nee, wir kommen wieder schief. Kann man die Reifen mal hinstellen. Und Volldarm voraus. 98. Oh, oh, oh. Ich mach... Ach, wie geil. Der macht jetzt alleine hoch. Ich hab schon gedacht, ich rotz jetzt was weg und kann das nicht benutzen. Ist die Treppe gerade vorgefahren? Wie krass ist das denn? Ist ja mega geil gemacht. Und wie komm ich jetzt wieder zum Händler? P. Nein. Ein bisschen daneben, aber... Dank modernster Technik macht uns das gar nichts. Guck, der ist aber wendig. Hier da hinten stehen war... hinter der ganzen Putze... Oh, da ist ein Feldweg, da kann ich reinfahren. Bisschen weit ausgeholt, ne? Kann ich die Lampen anmachen? Tempo ab, Hilfe, Helfer, Kamerawall. Da ist ja sogar ein Mini-Tracker auf dem Map. Hier im Navi. Mega cool. So, jetzt muss das ja mit dem Rohr passen, ne? Ich seh durch die Spiegel gar nichts. Ich seh ja nur meinen Hänger. Oh, wir haben sogar so einen Nothammer. Voll ausgestattet hier. Jetzt muss man die Kamera wechseln. Glaublich steht es so dicht dran, ne? So, einmal ausprobieren. So, jetzt bin ich hier drinne. Rohr ausfahren ist... Ach, das geht sogar noch ein Stück nach oben. Aber wie cool ist das denn? Oh, das passt ja perfekt. Das ist ja mega geil. Hier, voll überzeugt von dem Spiel. Finde ich schon nice. Wie, das war es schon? Das ist aber nicht gut. Warte mal, ich lasse das jetzt mal einen Helfer machen. Muss er hier irgendwie zusammenarbeiten. Oh, der ist erst so 20% voll. Komm schon, Jürgen. Das ist nicht ewig hell. Wir haben schon 12.30. Oh, ne, ernt. Ich will das heute noch fertig kriegen. So, dann fahren wir zum... Dann stelle ich meinen Hänger hier noch zur Seite. Brauchen wir nicht die ganze Zeit hier sinnlos rumstehen. Da können wir doch schon mit Lügen anfangen. So, dann stellen wir einen Hänger einmal hier ab. Dann ist er nicht im Weg. Und kippen kann er nicht, ne? Gut. Ist mich hier abladen, Hänger abladen gemeint? Oder schmeiße ich den Kram hier hin? Nein! Oh, das hätte jetzt schief gehen können. Wie mache ich den weg? Oh, genau so, wie ich ihn herangemacht habe. Das klingt logisch, ne? So, ab dafür. Immer Geld ausgeben. Fahren wir auf die Straße. Um die Autofahrer abzufacken. Da haben wir linke Spur, ne? Da sind wir doch schon himmlisch schnell unterwegs. Falls so ein Radfahrer rechts kommt. Den siehst du aber auch nicht hier im toten Winkel. Ja, eigentlich siehst du alles, ne? Also ein Trecker ist schon schittig. Da sind ja mega viele Knöpfe drin. Shoppen! Oh, ein Flug. Flüge. Kaufen! Oh. Können wir schon mal flügen? Ey, perfekt. Elite-Landwirt. Ich sag's ja. Boah, der hat mich mit seiner Karre voll weggef***t. Und es juckt den gar nicht. Oh, der... Ich dachte schon, der verprügelt mich jetzt. Alter. Ja, aber ein bisschen unrealistisch. Mit so einem kleinen Zitrön da. So einen dicken, fetten Trecker weg. Und wegflexen. So, wo ist mein Feld? Wo ist mein Feld? Wo ist der Feldweg? Hier. Oh. Oh, kacke. Oh nein. Oh, ich dachte, ich hab mich auch gebockt. Komm ich hier rum? Oh, das passt. Ja, das passt. Aufklappen X. Wie lang ist der denn? Das ist alles? Okay, ich muss ihn ja... Senken ist ja extra. So, wir fahren jetzt erstmal auf den Acker. Ja, das ist das Spiel gecrasht eben. Aber frech gewesen. Du, Jürgen. Ich fahr nochmal eben zum Händler. Ich hol nochmal einen Flug, ne? Alter, der hört mich nicht. Ein bisschen zu lauter in dem Mähdrescher. Vorsicht, Kumpel. Flüge. Anhebeln. So, dann fahren wir jetzt einmal zu unserem Acker. So. Jetzt muss ich den... Boah. Jetzt muss ich den erstmal gebändigt kriegen hier. Oh, der ist schon wieder voll. Dann muss ich den einmal abkoppeln. Und einmal den Hänger holen. Der hat meine Handynummer, ne? Aber der hat Jürgen nicht einmal durchruft. Du, Chef, bin fertig. Jetzt bezahle ich den fürs nix tun. Für so rumstehen. Oh. Oh, der war fast zu weit. Ja, ein bisschen weiter... Oh, hier. Oh, shit. Ging daneben. Oh, das sind Verluste. Das war ein Verlust. Ey, der passt doch. Ja, fast das ganze Feld in den Hänger. Die Ecke habe ich jetzt nicht gepflügt. Wieso steht denn der da mitten im Feld? Der ist weg. Die alte Sau, Wadde. Der ist ja nicht mal toll. So, Jürgen. Und dass er mir nicht wieder eine Pause hießt, ne? Der Feld wurde fertig gemacht. Ja, ja. Du sollst, ob du mich nicht hörst. Es ist so schwer, gutes Personal heute zu finden. Und ich pflüge, pflüge, pflüge den ganzen Tag diesen Acker, Acker. Scheiße, ich will mir einen zweiten Trecker und ein Helfer sein jetzt hier drum. Lügen. Ich brauche nochmal einen Trecker. Oh, der muss ja gar nicht mal so groß sein. Nein, nehmen wir nochmal so ein Glas hier. Bleiben wir im System. Boah, steh doch. Der kleine Bruder von dem, was ich eben hatte. Der ist nicht mein Feld. Boah, jetzt hier richtig mit Dieb auf dem Acker. Blöden Hänger anzuhängen hier. 20 Meter dazwischen, Luftlinie. Aber was man sagen muss, der andere Trecker, der hat keine Heckscheibenheizung drinnen, ne? Obwohl der so teuer ist. Ah, sieh mal eine an. Jürgen ist auch schon fertig. Harald kann hier noch das Feld pflügen. Machen wir Jürgen einmal leer und dann können wir das wegbringen. Dann kann Jürgen hier noch den Rest abmähen. Dann bringen wir den Rest noch weg. Habe ich mein Feld kaputt gemacht? Oh, scheiße. Blaues Schild. Was ist denn das hier? Autobahn? Keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Also, Poljas. Oh, das gibt jetzt richtig fett Kohlen. Der ist aber leise, der Trecker. Mit Tempomat reinmachen. Komm ich da hin? Kann ich über die Bahnschiene fahren hier? Kein Trecker, ne? Eigentlich. Alter Schwede. Da schaukelt er aber. Oh, dann kann ich da kaufen. Und da verkaufen. Weil da werde ich ja befüllt, denke ich mal. Ist egal, warum ich reinfahre, oder? Ich sehe halt nicht allzu viel. Okay, wie kippe ich das ab? So, Abkippseite hinten. Kohle einschäppeln. Bis jetzt. Kornschieber. Was zum Geil ist, ein Kornschieber. Auch die Klappe hinten, ne? Ah, cool. Ist aber so voll lange. So, jetzt hinten. Das geht schneller. Boah, ey. Zählt auch, ne? So, ich bin leer. Wo ist mein Geld? Irgendwo muss doch hier mal was grünes stehen. Hey, ich hab doch... Lohnzahlung. Jetzt hab ich die schon wieder bezahlen müssen. Was ist mit meinem Geld? Ja, das will ich doch verkaufen. Jetzt hab ich das eingelagert. Alles klar, damit setzen wir uns aber das nächste Mal auseinander. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis dahin. So, ich hab doch aus, aus.